Ah, was ist das? Ein Grab für Merlins Extramüll? Wartet! Wow! Wow! Was, was war das? Beim großen Gorgos, Tobias, drück diesen Stein nochmal. Abgefahren? Das ist ja super schräg. Wartet, dieser Schalter macht alles irgendwie neu. Oder wir springen irgendwie in die Vergangenheit. Das ist ja verrückt. Was meinst du? Du bist auf der richtigen Spur, Master Jim. Wir können einen Blick in die Vergangenheit werfen. Naja, zumindest hier in diesem Raum. Also wenn ich mir die Steine so ansehe, dann würde ich sagen, das ist hunderte von Jahren her. Oh, ältere Zeit? Heute? Heute? Ältere Zeit? Tobias? Heute? Ältere Zeit? Tobias! Ups, Entschuldigung. Samen. Ich weiß, wie wir hier rauskommen. Okay. Tobi, nimm den Sack von den Fliesen. Klettern wir. Klara, du bist ein Genie. Ja, super Arbeit, Klara. Und du hast das auch super gemacht, Tobi. Du hast ja den Sack mit den Samen gefunden. Ja, das haben wir alle gut gemacht. Oh, wenn wir nur ein Licht hätten. Oh, warte. Ich hasse es, wenn meine Eltern immer recht haben. Großer Gorkus. Das ist eine Bebilderung der Geschichte. Eine Zeitlinie. Oh, der Stab von Avalon. Merlins mächtigste Reliquie. Er hat ihn gebaut, um die uralte Energie des Universums zu bündeln. Merlin hat sich geopfert, um Morgana aufzuhalten. Seine Mission wird fortgeführt von den Besten, die er zurückgelassen hat. Den Trolljägern. Wow, seht euch das an. Ist ja verrückt. Die sehen ja aus wie wir. Das sind wir. Hier. Das ist unmöglich. Die Zeitlinie scheint über die Gegenwart hinaus zu gehen. Nein, nein, das kann nicht sein. Wow, seht mal wie fies dieser Kerl ist. Kann ich ihn nochmal zerschmettern? Freunde, wenn das eine Zeitlinie ist... So trifft man sich wieder, Trolljäger. Laufstum, euer Leben. Hier rüber! Jena! Jena! Trolljäger! Trolljäger! Plan, Plan! Hat jemand einen Plan? Dral's Arm! Gannmann muss ihn benutzt haben, um die Klingen aufzuhalten. Ich hab ne Idee, Leute. Los, 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 los! Ich werde dich töten! Dral! Klügelmann! Ich hab dich! Ich bin so froh, dass ich ne Rund der Hose anhabe! Denken Sie an Susannas herrlichen weißen Lack! Die fast makellosen Stoßstangen! Nur ein paar kleine Kratzer! Die sind wie Grübchen! Susanna lächelt sie an! Sie lieben diesen Truck! Tobi? Geschafft!